Jamie Green heißt der Sieger des dritten Rennens der DTM-Saison 2009 auf dem Norisring. Vor 132.000 Zuschauern blieb beim Start Catherine Leck stehen und rutschte damit von ihrem sehr starken fünften Startplatz auf den 14. Rang zurück. Paul Setter Scheider führte das Feld vor Ekström, Spengler, Paffet und Green in die erste Kurve. Gleich zu Beginn gerieten Tomasz Koschka und Oliver Jarvis aneinander und fielen aus. Markus Winkelhock, dessen Fahrzeug nach seinem Trainingsunfall rechtzeitig zum Rennen wieder fertig geworden war, konnte sich gerade noch vorbeischieben. Es folgte eine Safety-Car-Phase. Beim Restart Scheider vor Ekström, Spengler, Paffet und Green. Die erste Veränderung gab es nach dem ersten Boxenstopp von Matthias Ekström, der sich hinter Gary Paffet einweihen musste. Doch beim nächsten Stopp konnte sich der Schwede wieder vor dem Sieger von Eurosport der Lausitz schieben. Dahinter kämpfte Ralf Schumacher mit die Reston Christensen und beendete das Rennen mit einem starken sechsten Platz, der besten Platzierung seiner DTM-Karriere. Meines Wochenende war etwas turbulent. Es war schade, dass wir nicht weiter hätten vorne starten oder haben starten können, weil das Potenzial wäre heute da gewesen. Aber ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht. An der Spitze versuchte sich Jamie Green mit nur einem Boxenstopp abzusetzen. Als er dann in Runde 56 das zweite Mal aus der Box kam, konnte er sich auf Platz drei wieder einreihen. Nun folgte die Jagd auf Timo Scheider, in deren Verlauf Bruno Spengler in den Kurven immer wieder sehr nahe, aber nie am Führenden vorbeikam. Vier Runden vor Schluss wurde es dann turbulent. Es hat wirklich über viele, viele Runden einen sehr engen Kampf an der Spitze gegeben. Timo hat seine Position eigentlich immer verteidigen können. Er hat eine ganz besondere Linie im Turn 1 gefahren, der ihm aber immer wieder geholfen hat, aus der Kurve sehr gut herausbeschleunigen zu können. Endlich wurde Spenglers Drängen belohnt und er konnte sich an die Spitze setzen. Doch nur eine Runde später war Scheider wieder vorne und Green konnte ebenfalls überholen. Ich bin nach innen gegangen, habe ich ein bisschen im Dreck gebremst und dann habe ich hintere Räder blockiert, war ein bisschen weit in der ersten Kurve. Dann hat mich Timo wieder überholt und er hat mich ein bisschen berührt und dann war ich ein bisschen an der Wand. Zwei Runden vor Schluss, dann die Attacke von Green in der Schikane und Scheider konnte nicht mehr kontern. Auch Spengler und Ekström kamen dann unvorbei. Ich hatte schon versucht, eine volle Attacke zu machen, näher dran zu kommen. Das Problem war, dass wenn man zu viert kämpft, muss man immer ein bisschen aufpassen, weil wenn die Bremsen heiß sind und die Reifen auch, dann geht alles ein bisschen in Slow Motion. Trotzdem habe ich schon gewusst, dass was passieren würde, weil die zwei Mercedes-Fahrer nicht zufrieden sein würden. Denn Green ließ sich die Führung nicht mehr nehmen und holte den siebten Mercedes-Sieg in Folge auf dem Norisring. Ich konnte auf Timo und Bruno aufschließen. Dann war ich mittendrin und wartete auf meine Chance. Ich habe meine Möglichkeiten genutzt und deshalb habe ich gewonnen. Hier das Ergebnis des dritten Rennens der DTM-Saison auf dem Norisring. Green fährt von sieben auf eins und gewinnt zum zweiten Mal in Folge auf dem Startkurs. Spengler auf zwei vor Ekström, Scheider, Perfe und Schumacher. Tomczyk auf elf vor Catherine Leck und Markus Winkelhock. Champagner-Dusche für den Sieger. Der Blick auf die Gesamtwertung. Es bleibt spannend in der DTM. Timo Scheider behält die Führung vor Spengler. Gary Pappert, Jamie Green und Matthias Ekström liegen punktgleich dahinter. Das vierte Rennen der DTM-Saison findet am 19. Juli im niederländischen Sandvort statt. Das vierte Rennen der DTM-Saison findet am 19. Juli im niederländischen Sandvort statt.